Meine Lieben, eine Top-Stelle habe ich heute hier aufgetan. Ich war von der Andreas-Meyer-Brücke unterwegs nach Hause und habe durch Zufall hier diese Stelle entdeckt. Bin jetzt mit Stiefel von da drüben hier durch und wollte jetzt hier mal mit Top-Shot versuchen. Das ist auf jeden Fall vielversprechend, aber es sind viele Stellen, wie ihr seht. Guck mal, wo haben wir ihn? Da. Also wenn das nicht reinzt, dann geht es nicht ganz rein. Hier kann man das jetzt nochmal ein bisschen besser sehen. Das ist doch Astreihen eigentlich, oder? Da muss doch was hier hin. Ja. Bitteschön. Bitteschön. Das war's für heute. Die sind auch tipptopp. Das ist doch eine Schweinerei, eine Räuse, also wenn ich so einen Pack erwischen sollte, Alter, ehrlich, ist doch kein Wunder, dass man nichts mehr fängt, selbst die Räuse ist leer, alter Schwede, so eine Verbrecher alles, scheiß Hurensöhne, kann nicht angehen sowas, ohne Spaß, hatte ich gerade am Haken, unglaublich. Wie gesagt, kein Wunder, dass man nichts mehr fängt hier, ich gehe heute wieder leer aus, leider, meine Lieben, aber wenn ich sowas sehe, ehrlich, zum Kotzen, Abschaum, verdammt. Vielen Dank.